Servus Leute und zwar, ich wollte einfach mal sagen, der René Osselmann, der hat Gedichte auf seinem YouTube-Kanal oder auch gewisse Reime über Corona und lauter so ein Blödsinn und ich finde, der hat eine richtig hammer Stimme, um einen Podcast zu machen. Das habe ich dem auch geschrieben, er musste es erst mal mit seinem Verlobten abklären, aber er hat einen YouTube-Kanal und zwar, der heißt René Osselmann, kippt es einfach mal auf YouTube bitte ein und abonniert ihn für mehr Sachen, für mehr, wie soll man das definieren, hier, ne, Support. Na ja, Support ist ihm gerade nicht eingefallen. Für mehr Support und so weiter und so fort, abonniert diesen Typen, er ist ja richtig coole Socke, finde ich jetzt persönlich und abonniert ihn einfach mal. Und, ich bin ja bald bei den 200, äh, Abonnenten. Wenn ich die 200 dieses Jahr noch vollkriege, leider wegen Corona, ich habe mir vorgenommen, wenn ich die 200 Abonnenten vollkriege, tu mal eine Sauvorgie hier starten. Irgendwo in der Nähe von mir und wo ihr alle gescheit herkommt, funktioniert jetzt nicht, ne. Aber ihr könnt mir auf Instagram oder Facebook folgen, der Link ist im Vorfall im nächsten Video oder so. Und dann mache ich einen Livestream bei 200 Abonnenten und wir tun alle gemeinsam einfach ein paar Bierchen zischen, reden über Blödsinn und so weiter und so fort. Und ich hoffe, ihr schaltet dabei ein, abonniert mich, macht was, schreibt Kommentar und so weiter und so fort. Ich hoffe, ihr seid dabei und sieht sich viel Zeit, euer Erbs.